23. auf und das sollte am warte muss ich jetzt nachgucken am 25. kommen hier die erste folge von der scheiße hier die wir gerade labern lästern wie auch immer und die folge hier die kommt jetzt gerade am 26. am freitag so was wollte ich jetzt holen hiervon brauche ich wer es und hiervon so nein nicht die diamanten achse wegschmeißen das ist ganz böse was ich hier gerade getan habe einfach mal die diamanten in den achse wegzuschmeißen das ist keine so ganz gute idee ich meine so ganz geile idee oder so okay so geht das ach du scheiße abziehen sind wir eigentlich vollkommen verrückt hier oben ist ja nichts ausgeleuchtet ach so mich hat ja alles entfernt stimmt meine güte noch mal schnell schnell nach unten und fackeln holen rennen rennen wir brauchen essen 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 fackeln fackeln wo sind die fackeln scheiße wo haben wir die fackeln doch hier 15 habe ich noch hä wir hatten doch ich habe hier doch fackeln noch gehabt ich habe auch 40 im inventar ich spaß die ich habe die gar nicht gesehen fuhr ganz schnell nach oben ganz schnell nach oben ist ganz böse was hier getan brauchen wir mal wieder neue blätter weil ich hier alles kaputt machen musste hier hier die müssten in irgendwelcher kiste liegen wir müssen das alles noch mal reparieren was mich kaputt gemacht hat hier auch wir brauchen immer eine raumeinteilung ganz oben kommen das schlaft kommen die verschiedenen schlafzimmer sind schlafzimmer auf jeden fall ähm ja ach so ist gar nicht das geleuchtet ja ich weiß hier ist nirgends was ausgeleuchtet ähm ich weiß schon was also hier ganz oben kommen unsere schlafzimmer hin ne ja und die gäste zimmer ne die wollte ich eine etage da drunter machen okay dann machen wir hier wir können hier doch aber nicht so ein riesen schlafzimmer hinknallen machen wir eins oder zwei für uns beide dann ist hier meins hier und hier ist meins alter zieh dir jetzt mal rein boah alter ne da kannst du das mal abbauen ich hab keine Axt mit mit der VW ist so lange gedauert immer wohl so mach ich das lieber warte mal ich reiß mal hier den Block das ab mach das lieber auch mit dem Holz das du hast du kannst da ja auch ruhig ein etwas größeres schlafzimmer machen will ich grad aber so riesig will ich nicht das hier nur mit dem will ich auch keine Wand bauen wir machen davor machen wir noch irgendwas ich muss bloß gerade selber mal überlegen was man da vor mir hier das schlafzimmer hinten das kleine hier mal jetzt passt das hier aber gar nicht wo hier mit der Scheibe ach scheiß drauf brauche ich einfach davon rein von da rein jetzt die kacke aus raus die Scheibe hast du noch das ähm holz was wir hier immer als Wand verwendet haben ne das hab ich nicht im Inventar besser einen Block brauche ich davon nur ich muss aber eh mal nach unten rennen also von daher ich geb dir gleich was ich glaub da machen wir da oben du gibst mir gleich nein keine Schelle ähm schade ich freu mich schon drauf war klar dass du auf Schläge stehst oder so ach aber immer schon von hinten du machst mir echt gerade ein bisschen Angst weißt du das ich mir auch gerade ja das ist gut zu wissen dass du es ansiehst ach karte jetzt mal ach ich hab ja noch Glosson dann kann ich das gleich schon bauen ähm gut jetzt brauche ich nicht betten sondern bist du noch unten ja kannst du mal von diesen äh tropenholz äh äh slaps machen ja dafür brauche davon brauche ich auch noch welche stimmen das ist gar nicht mal so eine schlechte idee aber ich brauche eher ein tropenholz noch normal also mache ich mir noch mal mehr tropenholz nehmen wir hier mal ein tropenholz deck alter laut das sieht kacke aus ich brauche mal ne axt ey ui aua ich glaube ich nimm mal steine mit hier nirg 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 weißt du was er vorhin sein schlafzimmer machen ich wollte eine bibliothek in bau äh ich dachte an masturbationsraum naja mir klar älter ähm hey bomb ma du hast ein buch ja in die holzkiste geschmissen hast du mir diese slaps gemacht ja ich renne gerade mit dem ganz nach oben ja ich muss mir kurz ne axt holen ich muss mal überlegen wie ich das bei mir machen kann ich hab vergessen die tür zu machen also bauen wir hier mal eine crafting table hin in meinem korte ich hab zwei dabei auch hab schon einen gekauftet haben wir hier noch das gott da gar nicht rein das geht auch nicht rein das auch nicht das auch nicht äh das sieht irgendwie fail aus ich glaube ich hab das hier gerade kaputt äh fail gemacht äh das sieht falsch aus ne das sieht richtig aus ok ähm mein mental ist voll so kann ich hier den ne kann ich irgendwie nicht ähm doch ich kann schon den boden austauschen ahaha dann wird halt mein 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 schlafgemachten klar ein bisschen tiefer als ja hm haben wir Wolle ja fast ein stack gut kannst du mir mal kurz meine slaps geben bevor du ganz runter rennst mal ey wir rennen hier gerade noch hin und her hier hast du fast ein 64 er stack slaps 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 bam ähm baum voll ins gesicht und so ähm du feis guck mal das sieht nicht wunderschön aus übrigens mir hat letzt mal jemand zählt ähm mir hat letzt mal jemand in die kommentare geschieb äh ne in der pn geschrieben was ich denn für ein imac hätte nur weil ich ein mac mauszeiger hat habe weil ich den besten weil ich den lieber mag hat mich hat mir eine hat mir eine pn geschrieben was ich denn für ein mac hätte dann nur die am mac zeiger gedownloadet hast ja ich war ich finde den mac mauszeiger besser sagen muss man so wird dann auch gut ach mal jetzt habe ich das holz vergessen kannst du jetzt immer dieses trocken was ist das eichenholz mitbringen glaube ich also die das was wir haben schon im inventar gut weil ein blog fehlt mir hier nur ein einziger blog ist das wollte ich holen wolle genau wo hast du die wolle hin verlegt in der kiste war alles hingeschmissen haben da also daneben nämlich in die alleskiste in die kiste neben der wolle kiste glaube ich oder darüber schräg darüber keine ahnung da haben wir wolle wie kann man den wolle färben mit welchen sachen mit blumen da musste dann farbstoff draus machen das hast du jetzt kaputt gemacht was ich mache oh gott meine zuschauer wissen schon mein gott er hauptsache mein ganzes inventar voll ich drücke eine mittlere maustaste jetzt habe ich wieder zwei platz diese mittlere maustaste ja weil da das inventar er aber mittlere maustaste mache mache ich immer weil es schneller geht geht wirklich warte mal wo ist das holz ich wollte dir das gerade geben liegt hier muss noch mal raus rennen nach unten raus da irgendwo ich hoffe wir schaffen das überhaupt mal in schnell ist schnell ist das zeit unser haus hier einzurichten ja so manchmal hier rein mich doch am arsch hier habe ich gestern schon der creeper kann nur hier geredet ich habe noch ein bisschen bumbum pulver gunpowder genau so heißt das zeug ähm rumspulver nee das nicht na schade das hätte ich gewusst ähm boah haben wir hier nicht irgendwo noch blumen war gerade nacht da hat ja es ist schon gerade die ganze zeit nacht das war gerade der tag ist mir gar nicht aufgefallen oder also beschäftigten bei uns steht noch ein skelett aber wir sind auch schon bei halbe stunde aufnahme schon wieder oh zweite folge ist ja schon vorbei das ist schon ein bisschen das problem war oh scheiße 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 aua fuck habe ich das holz ja habe ich boah glück dass du gerade nicht rausgeguckt hast sonst wüsstest du was ich hier gerade mache ich habe rausgeguckt ne hast du nicht sagst du jetzt nicht ja ich stand aber gerade wirklich am fenster ja aber hast du nicht rausgeguckt also hast du nicht da hingeguckt wo ich gerade bin also auf die tierfarm geguckt ne da bin ich auf jeden fall nicht da renne ich jetzt aber mal hin nimm weizen mit und fütter mal die kühe wir brauchen unbedingt leder für bücherregale für die bücherei da oben ja obwohl leider an getreide fehlt es uns ja nicht ne leider nicht äh ne ich meine leier ich meine auch an dings da bin ich meinte ähm an ähm meine dafür ne wie wie hieß denn das ähm was denn auch an äh beim beim papier und so fühlt uns das ja auch nicht das fehlt uns nur an diesem fucking ähm leder ja genau das so scheiße ich weiß nicht wie man da drauf kommen kann okay es ist ja so dass das bücher normalerweise leder brauchen aber minecraft ist das mega scheiße weil ja das ist so nervig in minecraft ähm ne das gibt man hier rein das behalte ich nochmal da weg 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 oh nein die behalte ich ähm ne die nehme ich auch nochmal mit ja auch ähm ähm ja dann das behalte ich ähm klack nehme ich mal ein paar stecks weizen mit und mache alles an schafe und kühe und schweine ich verfütte einfach alles du machst alles du machst alles unsicher meinst du ähm ja ich mach das gegen mal wieder ein bisschen gefilter ach fehl was hast du denn jetzt hier kaputt gemacht ich wollte ne treppe setzen und hab's voll falsch hingesetzt so ähm kür du 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 ich hmm dann kannst du schon anfangen ein paar zu töten was war eigentlich dann nochmal finde ich also keine ahnung ö ach ach ich glaub das tötet dings der rumors da schneller vier zombies und so jetzt habe ich jeden einfach mal angekriegt du 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 ja die schaffe sind gerade alle beim bunsen muss ich gar mal scheren gehen ich glaube wir brauchen hier bestimmt noch führen mehrere Dings der Bums da haben Doppelte Böden durch noch irgendwas vergessen hier auch einschaffte es alleine vor allem war er und Prozent die Kälte die meint man sich so die Musik müssen leiser machen wir meinen es jetzt auf volle Woche also auf Prozent ich hab grad acht mit Musik an und dies ein bisschen lauter aber das ist nicht schlimm du kannst gleich mal kommen und mein Zimmer anschauen ja ich bin grad wieder auf dem Weg nach oben so jetzt komm ich hoch weißt du auch warum ich so gelacht hab komm hast du ein Penis in dein Zimmer hängen oder was nee ach hätte ich noch oh ich wollte grad abonniert hab vergessen Zilla Dings da auszumachen alter alter sieht ja scheiße aus alles mit roter Pornowolle gefüllt alter sieht das kacke aus wieso keine Ahnung hat den Krimi nicht sogar einfach so doppelten Boden machen oder haben wir hier nur eine Schicht gebaut außer wir haben wir nur eine Schicht aus Versehen gebaut deswegen muss das kacke ja würde das halt ein bisschen doof aussehen und deswegen ich hab's einfach so in meinem Zimmer gemacht ist ja egal ich hab mir mal Wolle ich hab nur noch rote ich kann die aber anders färben wieder war das alles? ja ach Wolle? ja ich hab den Rest hab ich alles in meinem Zimmer ausgegeben ich hol mal neue Wolle weil ich die auch verbraucht hab ja ich hab mir kurz ne Schere gemacht ich hatte noch Eisen dabei und jetzt renne ich dahin ach hier ist ja noch ne Schere ich komm auch gleich mal hinterher alle jetzt erst mal wieder scharfe Scheren und so mhm lalalalalala owa gib mir deine Wolle hallo zieh dich aus also ich hoffe die sind weiblich ne hast du die sich hier so ausziehen ey ma ihr scheiß Kleinviecher braucht nichts fressen nur die Erwachsenen sollen fressen hast du kühl getötet oder so? ne nur vermehrt ahja getötet hab ich kein Tier ach die haben's aber verdient hier du hast es du hast ey hallo bleibst du mal stehen hier die hat's auch noch verdient so verdient war das das war verdient Kuh blöde Kuh ey immer diese zickigen Kühe mit ihren Problemen ey äh ich hatte mal ein paar Schweine ne ja ich muss mal einmal kurz gucken wie das von hinten aussieht ob das mit meinem Zimmer zu doof aussieht aber ich glaub von unten sieht man gar nicht dass das erhalten der Boden hat und dann sollte man das zumindest erzählen Alter wie einfach kein Schaf irgendwas frisst das sieht man auch gar nicht bloß das Bett ist halt vorm Fenster aber das ist ja nicht so unbedingt das Wildeste aber ich finde das eigentlich so ganz schön so blablablablablabla blablablablabla kann die Küche wieder etwas vermehren? ein paar ein paar haben schon wieder Lust bekommen So, dann hole ich jetzt mal mein Bett. Nimm mal gleich mein Schild mit. Und dann machen wir das da oben gleich mal ganz cool. Oh, ihr scheißhaartigen Schafe, könnt ihr jetzt mal fressen? Hallo, kannst mal aufhören, die armen Schafe zu beleidigen, die können auch nix für. Die wollen nicht fressen. Wie viel Wolle hast du eigentlich bekommen? Von was? Von den Schafen, Wolle. Die hast du alle eingesammelt. Hast du nicht auch ein paar geshared? Ja, aber ich hab keine gekriegt. Die hast du wahrscheinlich eingesammelt. Ich hab aber nur 24. Ja, den hast du wahrscheinlich nicht mehr. Wir müssen schnell was essen, ich kann nicht mehr sprinten. Äh, hier kommt ein Schildchen. So. Nee, das sieht ja jetzt mal richtig scheiße aus. Warte mal, haben wir nicht noch? War das doch nicht so? Ah, so. Okay, dann brauche ich davon etwas mehr. Nee, das sieht doof. Da muss man unser Lapis abbauen, was wir noch in Blocken haben, ne? Weil ich die, äh, das normale, also das normale Lapis brauche. Okay, ähm. Ähm. Und das Badezimmer ist ja eh fertig, also von daher. Ach doch, ich hab doch ein Crafting-Table dabei, ähm. Da zwei in meinem Zimmer stehen. Ja, ich stell bei mir, äh, hat bei mir grad eben auch einen stehen, hab ich aber auszusehen abgebaut, äh, grad eben beim Umbauern. Ähm. Aber das geht nicht. Äh, muss ich... Haben wir noch Knochen? Oh, Knochen haben wir jetzt hier mehrere. Wobei nicht. Warte erstmal und mach das, äh, guck, ob das reicht. Ach, so. Was mache ich hier eigentlich für ein Scheiß? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. So, dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich bei mir auch mit Teppich reinzimmer. Schade, dass wir das verpeilt haben und nicht doppelt gebaut haben. Ah, ist schon ein bisschen schade. Muss ich hier nochmal ein bisschen was abreißen. Aber ich geb dir gleich noch ein bisschen was von meinem Teppich, weil ich hab noch ein bisschen was gerade rausgerissen. Ich hier grad ein bisschen was umbaue. So, ähm. So. Na. Wie, jetzt ist es wahr. Alter. Äh, ja. Ich brauch mehr als ich dachte. Das heißt, ich muss die rote Wolle wirklich weiß färben, um sie dann in meine Farbe färben zu können. Äh, ja. Gut. Auch gut, dass ich jetzt nicht mehr rauskomme, ne? Das ist doch wunderbar. Ja, jetzt muss ich nämlich nochmal runden. Moment, hab ich nicht Knochen mit? Hier hab ich... Was mach ich hier eigentlich für ne Scheiße? Ne Ahnung. Ne, ich auch nicht. Und ich merk grad, dass die Musik viel zu laut ist. Hä? Machst du verpeilig. Voll in den Zimmer liegen Knochen, kannst du die mal aufsammeln? Ich bin voll. Was? Du bist voll? Hast du viel gelassen oder was? Entschuldigung. Entschuldigung, brauchst du jetzt nicht mehr zu entschuldigen? Jetzt ist es so. Na, stimmt. Haben wir beide gestern eh zu viel gemacht, ne? Was? Als wir danach dann im Bett lagen. Äh, ja. Fick dich, Justin. Du kennst auch nichts, die Bad Night, okay? Haben wir noch irgendwo andere Wolle? Alter, das war's echt. BTF? Äh, das sieht scheiße aus, wie das, oder? Warte mal. Ähm, weißt du noch, wie man Wolle wieder weiß macht? Nein. Mit welchen Farbstoff waren das? Ich dachte, das wär mit Dings da. Ah, mit Knochen, ich hab doch da mit Knochenmehl. Ja, mein ich, mein ich ja. Geht nicht. Ich meinte ja mit Knochenmehl. Geht aber nicht. Okay, dann weiß ich nicht warum. Muss man dir irgendwie bestimmt anordnen? Ja, eigentlich nicht. Äh, probate mal. Ich hab keine Wolle mehr, okay. Ähm, aber ich brauch hier davon, das brauch ich so. Alter, wieso ist denn das so, so viel dunkler? Hä, das ist doch die gleiche Holzsorte. Willst du mich eigentlich ver-lack-eiern hier? Die gleiche Holzsorte und gleich das Holz hunderttausendmal dunkler. Oh.